Die Bauzinsen sind erstmal sehr, sehr deutlich gestiegen, weil sich am Markt die Erwartung durchgesetzt hat, dass die EZB noch deutlich länger auch die Zinsen erhöhen muss. Und dann kam vor rund zwei Wochen die Bankenkrise aus den USA oder in den USA und das hat wiederum dazu geführt, dass eine sehr, sehr hohe Nachfrage auch nach Bundesanleihen zu verzeichnen war und in demzufolge auch die Zinsen wieder ein Stück weit auch nachgegeben haben und das vermutlich auch die nächsten Tage noch tun werden. Die EZB befindet sich gerade in einem sehr, sehr schwierigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite muss sie die nachhaltig hohe Inflation, also die Kerninflation, ist weiterhin sehr, sehr hoch eigentlich mit immer weiter steigenden Zinsen bekämpfen. Das ist ihr Auftrag. Auf der anderen Seite setzt sie damit natürlich auch die Banken und das Finanzsystem ein Stück weit zusätzlich unter Druck. Und das auszutarieren, ist gerade eine extrem große Herausforderung. Ja, meine Erwartung ist, dass die EZB ein Stück weit die Bankenkrise mit integrieren muss in ihre Politik der nächsten Wochen und tendenziell nicht ganz so dynamisch die Zinsen weiter anheben kann, wie sie das vielleicht ursprünglich für das zweite Quartal geplant hat. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es zu einem abrupten Ende der Zinssteigerung von Seiten der EZB kommen wird und rechnet durchaus auch noch im zweiten Quartal mit Zinsschritten der EZB. Das heißt, dass wir kurzfristig, also sprich in den nächsten, ich sage mal, fünf bis sieben Tagen tendenziell eher etwas rückläufige Bauzinsen sehen werden, aber so dann Richtung zweites Quartal sehe ich tendenziell eher wieder auch steigende Bauzinsen unter der Voraussetzung, dass sich die Nervosität gerade in Bezug auf die Stabilität des Bankensystems auch wiederlegen wird im zweiten Quartal.